Ganz ehrlich, Lesebestätigungen in WhatsApp, also die zwei kleinen blauen Häkchen, die haben mich immer ganz schön gestresst. Wenn jeder mal gleich wusste, ob ich schon gelesen habe, dann fühlt man sich in der Verantwortung zu Antworten. Und ja, das kann manchmal ganz schön Druck erzeugen. Da ist es doch entspannter, die Lesebestätigungen auszustellen oder, wenn du sie schon ausgestellt hast, sie wieder zu aktivieren, wenn du zurückkehren möchtest. Um das zu tun, wechsle zurück in WhatsApp. Hier habe ich einen Chat, wo die Lesebestätigungen aktuell aktiv sind. Wir haben also die beiden Häkchen und sie färben sich blau. Wenn der Empfänger der Nachricht das Ganze gelesen hat. Um das zu ändern, wechsle über die drei Punkte oben rechts in die WhatsApp-Einstellungen. Hier musst du nun in den Reiter Datenschutz wechseln. Und unter Datenschutz, da gibt es den Punkt Lesebestätigung. Wenn dieser Punkt ausgeschaltet ist, dann werden die Lesebestätigungen von dir nicht mehr versendet. Das heißt, der Sender, der Nachricht, die bei dir ankommt, sieht nicht mehr, dass du es gelesen hast. Aber auch andersrum, du siehst nicht mehr, wenn der Empfänger deiner Nachrichten das Ganze gelesen hat. Dementsprechend geht es immer nur in beide Richtungen. In Gruppenchats, da werden die Lesebestätigungen allerdings gezeigt. Das heißt, da musst du damit rechnen, dass die anderen wissen, ob du gerade etwas gelesen hast oder nicht. Aktiviert ist es, wenn der Schieberegler hier nach rechts geschoben und grün hinterlegt ist. Dann hätten wir Lesebestätigungen. Und deaktiviert ist es, wenn du, wie bei mir, den Regler jetzt hier nach links verschiebst. Das Ganze wird sofort aktiv und in deinem nächsten Chat wirst du bereits keine Lesebestätigungen mehr versenden und auch keine mehr sehen können. Viele weitere WhatsApp-Tipps und Tricks findest du hier bei Tutorial Center. Deswegen abonniere doch gern für die kompaktesten Tutorials auf YouTube. Bis zum nächsten Mal.